Jo, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play, I Wanna Be The Let's Player von XCrazyZuckerX. Ja, zurück von der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt das auf meinem Kanal gesehen, das da so bei Links da so, wo ich meine Informationen und so alles einschreibe, stand da halt, dass ich im Sommerurlaub bin, sag ich mal. Ja, und ja, ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Ich hab auch ein Bulletin gepostet. Naja, aber nun gut. Jetzt geht's endlich mal weiter und ich will diesen verdammten Hack endlich fertig haben. Verdammt, fängt ja gut an. Dutz, dutz. What the? What? Nein. Moment. Wie geht das? Nein. Verdammt. Äh. Nein. Verdammt. Ähm. Boah, ich muss mich jetzt erst mal wieder reinfinden. Hängt ja gut an. Oh Gott. Zurück. Sorry, Leute, wenn ich jetzt ein bisschen wenig laber, aber irgendwie ist das noch ungewohnt. Oh, irgendwie leckt's hier gar. Nein, komm schon. Verdammt. Also das wird ein hartes Stückchen. Oh Gott. Warum leckt das so? Oh, sorry, Leute. Ich bin irgendwie voll aus der Übung. Hallo. Warum leckt das so? Hardcore. Nein, ich mag das nicht. Äh. Unfair, unfair. Ja. Und irgendwie leckt das. Das finde ich nicht gut. Äh. Hölle-Trip. Yeah. Ähm. So, ab zum Hölle-Trip. Und das es alles bleibt. Ja. Baum, Baum, Baum. Wow. Es geht. Äh. Ich weiß nicht, wo lang ich muss. Verdammt. Und, wieso liegt das so? Ey, das gibt's auch nicht. Wieso treff ich den scheiß Kumpa nicht? Oh, what the... Ich will, dass der... Diese... Oh, wie heißen die jetzt nochmal? Hier, diese Kanone da. Von links. Wie soll das gehen? Moment. Ich hab so ne Vermutung, sag ich mal. Verdammt. Ja. Ja. Okay, doch nicht so. Aber so. Komm schon. Ja. What the... Wie soll das gehen? Ey. Stu, was hast du dir dabei gedacht? Das ist... Oh. Oh. Es geht doch. Oh. Ich dachte, das geht nicht. Moment. Ich hab so ne Idee. Oh, das geht doch. Da. Yes. Da. Oh, komm schon. Was soll der? Scheiß. Geht doch. Pilz. Das sieht mir irgendwie nach einer Falle aus. Ich guck mal. Aber anscheinend muss ich da hin. Irgendwie so machen. Ich glaub so war's richtig. Wow. Okay. Zack. Zack. Bam. Oh. Mittelpunkt. Hier muss ich, glaub ich, sterben. Nein. Doch nicht. Verdammt. Komm schon. Baum. Ich lass den Bulle-Dingens da mal mit. Ich hab vergessen, wie die heißen. What the fuck? What the? Was soll der Scheiß? Da ist dir wohl nichts mehr eingefallen, dass du, ne? Okay. Moment. Moment. Ich mach hier mal ein extra Safestate-Dingens. Moment. Weil ich erst mal gucken will, was... Da steht... Wow, dort ist CK's Tour. Den du... Wenn du Glück hast, findest du ihn dort. Oh Gott. Wink. Verarscht. Ja, okay. Oh, komm schon. Ja, ist gut. Gut. Yay. Eins. Bam. Ich bin der Best. Ja, Mann. Ich bin der Best. So. Sieben. What the fuck? Nein. Nicht schon wieder sowas. Okay. Ähm. Das war doch gut so. Komm schon. Oh. Oh. Mann. Ja, Mann. Jetzt aber. What the... Wo soll das gehen? Okay, so vielleicht. Ja. So geht's. Nein. Nein. Oh, verdammt. Ich wollte gerade zersetzen. Ähm. Verdammt. Verdammt. Okay, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Nein. 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 Verdammt. Das scheiß Bullet Ding ist. Wie so leckt das. Verdammt. Verdammt. So jetzt aber komm. Yes. So. So. Kann schon. Kann schon. Kann schon. Ich hatte Disco Jam. Hab ich das schon mal erwähnt? Wenn ich hier... Jetzt wisst ihr es! Okay. Und äh... Oh man... Warum ist das so hart vor hier? Ey! Schau doch voll drauf! Nein! What the fuck? So, jetzt aber komm. What? Ne, oder? Ähm... Man, ich will in die Lücke da. Obwohl ich denke, dass da sowieso ein unsichtbarer Ding ins... Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber es leckt. Und ich will nicht, dass es leckt. Wenn es leckt, dauert das immer so lange! Ja, das war eine Anspielung auf Angry German Kid. Falls ihr ihn kennt, könnt ihr ihn mal bei YouTube eingeben. Das ist ein Vollspacken, der auf ihn schreibt. Weil sein PC irgendwie... Oder weil er in einem Spiel abnippelt. ... ... ... ... ... Ich frage mich, ob man da überhaupt hoch kommt. Wie ich mir dachte. Ich lass' es... ... 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 So, jetzt aber, komm. Okay. Oh, ich muss doch aufzulegen. Super. What the... What the... Fail. Boing, boing. Oh. What the... Unfair, unfair. Nein. Nein. Oh, Mann. Ich will lesen, was da drin steht. Oh nein, sie käme in den Todespalast geflogen. Geh durch die Tür und vernichte die Wächter. Ich will nicht den Wächter, Safo. Oh, yeah, Safo. Ich hoffe, die Zeit weiß ich jetzt noch aus. Ah, geht schon. Safo besiegt. Safo besiegt. Oh, yeah. Safo besiegt. Oh, yeah. Safo besiegt. Du hast den Turm zerstört. Sie käst nun in der Enge. Nun liegt es an dir, ihn zu besiegen. Das Schicksal der Let's Player liegt allein in deinen Händen. Naja, obwohl Kronk jetzt eigentlich schon, sag ich mal, der beste Let's Player ist. Also nicht der Beste, was heißt der Beste. Aber er hat halt am meisten Abonnenten. Der Hack ist ja schon mittlerweile bestimmt ein Jahr alt, sag ich mal. Ich hab mir halt Zeit gelassen mit ihm, also mit dem Hack. Nun gut. Nächstes, also im nächsten Part werden wir dann Zicken stürzen. Oh, yeah, denn der Part ist schon vorbei. Also wir sehen uns alle im nächsten Part. Bis dann! Ciao, ciao, ciao.